So, der Amador ist im Winterwonderland angekommen. Hippie! Ja, super! So, ne? Oh, okay! Da hast du noch ein Leckerchen in der Hand? Wie hätte ich das denn nicht haben? Ja, eins kannst du jetzt noch Amador geben und dann ist erst mal Schluss hier mit Füttern, okay? Gibst du ihm das noch? Sehr gut! Sehr gut! Den kann immer langsam, ne? Wir machen wohl nicht so gut.